hey freunde was geht ab herzlich willkommen zu diesem neuen video von mir genau heute ist wester also ich bin mal ein bisschen fireworks mania genau also ich würde sagen und statt mir auch ich hatte mal und zwar würde ich sagen fangen wir mit raketen an was macht ihr raketen oder batterien was ist euer favorit schreibt es mal in die kommentare genau ups das ist aber nicht geplant und los geht's ich denke diese dort in die goldraketen da und diese reißen sehr schön ich würde sagen wir mal zu Raketen eine Welt in der Macht ein paar Patzen ihn nicht wird zu neben dem Alligator ich wusste was es gibt aber die gibt es in die heute nicht mehr weiß man warum auf jeden Fall sehr leise nicht schlecht ist süß da so liebe Leute vor wo er das ist es ist nicht richtig 1 Kult 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 das ist mein Lieblingsbatterien glaube ich von allen also nicht von einer meiner Lieblingsbatterien in diesem Game weil guck mal wie das aussieht und dann dieser Takt noch also dieser ja cool ey ihr müsst ihr kennt doch bestimmt alle diese Batterien die so über 100 Schuss haben Leute diese die dies geht nicht so ab also viel ab aber das ist traurig das ist recht schnell ist irgendwie also allerdings du bezahlst da ins so viel inzwischen dafür ich glaube damals hast du aber nicht weniger bezahlt und wir werden nicht vor allem was ist das für Charaktere die man noch einmal in dem Spiel hat das hat das hatte ich bis jetzt noch nie gesehen dass sich jetzt zum ersten Mal mal besonnen gegenstände das gibt ja auch so Stimmen das gibt ja auch noch schon krass was Leute eigentlich alles rausbringen ein süßer Vulkan aber die Vulkane finde ich auch nicht schlecht jetzt mehr die Vulkane sind auch cool Vulkane sind auch cool das kann man das geht auch noch das kann man auch noch mitmachen Vulkane sind auch cool Vulkane sind auch cool Vulkane das ist gut vor allem dieser vorlesen gibt es auch wer hat ja auch einmal gehabt aber nur einmal bis jetzt weiß und zweit ist uns kaum macht als kaum noch machte das allgemein so sehen bis jetzt habe ich es bis jetzt ich war ja bei meinen Kollegen da hat das Video mal da habe ich es gemacht da kann ich es auch schon Ewigkeiten her das macht irgendwie ich weiß nicht ob dieses Game macht irgendwie richtig Spaß aber so richtig Spaß wow oh 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 wie lange bringt das also wie lange geht diese Laser was was darf für euch so im Einkaufskorb bei Silvestern nicht fehlen schreibt alle in die Kommentare ich bin bei allen interessiert ich bin bei allen interessiert erzählt mir einfach mal ich bin interessiert oh ich muss nicht mit dem Schreiben eigentlich heute gehen wir jetzt mal zu was anderem Boah Junge ich liebe das einfach in Fireworks Mania es gibt einfach so viele coole Sachen hier das liebe ich einfach in Fireworks Mania es gibt einfach so viele coole Feuerwerks Sachen Flashbang ist auch cool aber es ist einfach ein bisschen zu kurz es muss halt ein bisschen länger sein es ist auch ein bisschen mehr ja aber sonst macht es eigentlich recht schon Boah das sieht nice aus was ist das ich glaube ich habe das schon mal im Video gesehen aber das ist auch schon wie ich habe das schon mal im Video gesehen zwei schon zwei schon wo wir über die Produkte also den in der Welt viele den Fähigkeiten hat einen eigenen Böller in dem Spiel was ganz cool finde nicht schlecht also also es ist schon ein cooles Game Oh genau das Ding war das sieht auch verrückt aus Boah das war nice also das war wirklich jetzt nice ja gut dann machen wir noch eins glaube ich würde ich mal sagen oh genau wir machen jetzt auch einmal so ein Ding weil das ne ich feiere dieses Ding das Ding das Ding besonders das hier feiere ich am meisten mal guck mal jetzt guck mal wie es abgeht na gut hätte ich nicht da einstellen sollen aber egal aber guck mal wie es abgeht ist schon krass wenn ich ehrlich bin naja Leute naja Leute äh hau mich jetzt ein bisschen wie gefahren wir sind bis zum nächsten Mal zum Donnerbett und hier mit euren Freunden WhatsApp und Instagram und weiß nicht wo ihr unterwegs seid ja aber wir sagen immer dieses Schild hier und dann würde ich sagen hau rein ciao okay wir machen wir machen Abschlussfeuerwerk 43 Sekunden also guck dich unbedingt guck dich diese Batterie nochmal an und danach ist das Video hier zu Ende ich sag schon mal ciao Leute bis zum nächsten Mal bis gleich nochmal ganz gut naja Leute haut rein oh was er nicht haut rein ich glaube das war jetzt wirklich naja Leute haut rein wissen wir nichts mehr haut rein ciao